Hallo Leute, wenn ihr In-Game Nachrichten gesehen habt, dann habt ihr ja gesehen, dass zu Allianz Quest ein relativ großes Update kommt. Das Ganze ist wie üblich in Englisch, darum gehen wir das Ganze jetzt mal in Deutsch ein bisschen durch, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Kurz gesagt, die Mini-Bosse werden überarbeitet. Bei Map 2 sind Hella und Calopsidian weg und Colossus und Old Man Logan kommen dazu. Colossus hat eine verstärkte Spezialfähigkeit 1 und Heavy-Handed, also die Spezialfähigkeiten machen mehr Schaden, passieren auf wie viel Rüstung er hat. Old Man Logan hat verbesserte Heilung und seine Blutrausch-Fähigkeiten werden verbessert. Bei Map 3 verschwinden Proxima Midnight und Gamora und Hulkbuster und Elsa Bloodstone kommen dazu. Hulkbuster verwendet lieber die Spezialfähigkeit 2, also die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, und der Defender's Special Damage increased based on armor, also dasselbe wie beim Colossus vorher. Umso mehr Rüstung, das er hat, umso mehr Schaden machen seine Spezialfähigkeiten. Elsa Bloodstone bekommt zusätzliche Rüstung und ihre Energieattacken machen 40% mehr Schaden. Bei Map 4 kommen Manzing und Molman zum Silver Surfer dazu und Corvus Glaives und Ronin kommen weg. Manzing hat verstärkte Spezialfähigkeit 1, also ist unblockbar und macht mehr Schaden. Spezialfähigkeit 1 Bias, er verwendet lieber die Spezialfähigkeit 1, also wieder mit höherer Wahrscheinlichkeit. Prey on the Weak, der Verteidiger bekommt 8% seiner maximalen Kraft jedes Mal, wenn er einen Buff ausgelöscht wird oder abläuft. Das heißt im Prinzip, Manzing kann er mit seiner Spezialfähigkeit 1 diese Pusteln, glaube ich heißen die auf Deutsch, umwandeln. Da bekommt er dann jedes Mal mehr Kraftzufuhr. Burden of Might, wenn er der Attackers Power Gain by Striking or being struck by the opponent is reduced. Also für jeden Buff, der bei euch aktiv ist, wird eure Kraftzufuhr um 15% reduziert. Jedes Mal, wenn ein Buff ausgelöst wird, verliert man 25% der maximalen Kraft. Molman Boost Buff Unstoppable 2. Der Verteidiger ist unstoppbar und bekommt 50% Fähigkeitsgenauigkeit, wenn er unblockbar ist, unstoppbar ist, wird er auch aggressiver. Precision, alle 2 Sekunden bekommt er einen Prezisions Buff, das kennen wir ja eh, jedes Mal wenn man den trifft, wird er wieder ausgelöscht. Strike Back, wenn der Verteidiger Schaden von einer Spezialfähigkeit erhält, dann bekommt er einen Kraftbalken. Bei der Map 5 kommt die Guillotine 2099 dazu und Red Skull kommt weg. Und Guillotine 2020, alle 0,2 Sekunden wird der Kombometer von Guillotine erhöht. Und wenn man sie interceptet, wird das Ganze über 15 Sekunden pausiert. Komboschild, er kann seine, also sie kann ihre Kombos nicht verlieren. Und jeder geblockte Hit reduziert die Block effizient um 6% bis zu einem Maximum von 80%. Also zu aufblocken kann man da auch wieder nicht. Bei der Map 6 kommt die Unsichtbare weg, Entschuldigung, die Unsichtbare bleibt. Symbia Supreme kommt weg und Vision Arcus kommt dazu. Personal Space, wenn der Angreifer, also wenn du zu nahe am Verteidiger bist, bekommt der Gegner einen Wutausbruch und das alle 3 Sekunden und dasselbe wieder, wenn man lange genug weg ist, fallen sie wieder ab. Arc Overload, also regelmäßige Heilung und wenn der Gegner einmal unter 15% Leben fällt, regeneriert er 24% sein Leben über 6 Sekunden und du, wenn du zu nahe an ihm dran stehst, degenerierst das, was er regeneriert. Map 6, Annihilus kommt, na bleibt und es kommt nur Sasquatch dazu. Sasquatch, ich kann noch nicht wirklich was dazu sagen, weil ich noch nicht gegen ihn gekämpft habe, aber der hat ein paar neue Buffs, da würde ich das mal sagen, werden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Beim Ding, da haben ja viele Leute gesagt, der soll geändert werden, hier haben sie auch geschrieben, Sing soll so verändert werden, dass sie jetzt gutes Gameplay unterstützen und mehr und weniger belohnen und dass man nicht nur mit ein oder zwei Champion diesen Gegner bekämpfen kann. Ich habe mir das mal schnell durchgelesen, ich fände das nicht. Ich sehe nicht, wie da irgendwas belohnt wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Kampf nicht gut ist und ja, also Spezialfähigkeit 1, unblockbar und hat 30% mehr Schaden, kein Problem. Kinetic Transfer ist eigentlich ganz hilfreich, weil man ihn leicht dann auf eine Spezialfähigkeit 1 bringen kann, dass er nicht seine Steinstapel zu sehr nutzen kann. Footloose, da fängt es jetzt aber an. Nach dem Auslösen einer Spezialfähigkeit wird er unstoppbar und außerdem hat er eine erhöhte Chance auszuweichen und das für 7 Sekunden. Tja, ist schon mal etwas, was möglicherweise okay, mit Starkspidey, Stealthspidey, Skihalp und so weiter gut genutzt werden kann, dass man da was kontern kann, aber trotzdem, das ist trotzdem noch ein begrenzter Pool an Champions. Und do not go gentle. Der Angreifer bekommt jedes Mal eine Ladung und das jedes Mal, wenn er 5 Hits hat, das kennt man ja glaube ich schon aus dem Akt 6, man bekommt immer 5 Stapel und dann 5 Hits, also man macht 5 Hits, dann bekommt man einen Stapel und dann muss man den Gegner niederschlagen. Ansonsten, wenn man ihn K.O. schlagen würde, bekommt man Schaden zurück. Und das ist extrem lästig. Also den Knoten finde ich absolut nicht gut. Vielleicht ist es ja gemeint, dass man da Skihalk nehmen oder Spider-Gwen nehmen kann, aber dann sind das wieder nur ein begrenzter Pool an Champions. Ich hoffe, dass sie das noch ein bisschen anpassen, wie sie haben ja gesagt, dass sie schnelle Änderungen machen wollen, aber naja, sehen wir mal. Zu den generellen Karten-Updates, da ist etwas, was glaube ich viele Leute schon sehr oft besprochen haben, die Map 5 KI, sie wird verändert so, dass sie jetzt agiert wie eine Map 6 beziehungsweise Map 7 KI, also ich hoffe, dass sie dann wirklich aggressiver ist und die Map 5 dann wieder ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man die KI ein bisschen besser unter Kontrolle hat. Magneto, Map 7, All or Nothing Node, also alles oder nichts, die haben die Energize ein bisschen zurückgedreht, also nicht mehr 200%, nur noch 100%. Und jetzt kommt noch etwas ganz was Großes, nämlich die Modifiers, also die zusätzlichen Knoten, globalen Knoten, die man auf die Map drauflegen kann, um noch zusätzliche Belohnungen zu bekommen. Da kommen fünf neue Modifiers dazu, Power to Cover, für jeden Treffer, den du auf dem Kombometer hast, bekommt der Gegner 1,5% mehr, wie viel Power Gain und außerdem wird er Spezialfähigkeit, Schaden um 1,5% erhöht. Entschuldigung, die Kosten werden reduziert und das auch um 1,5% bis 75%, also da bin ich gespannt, wie das wird. Man kann das Ganze wieder zurücksetzen, wenn man eine Spezialfähigkeit 3 nutzt, aber ja, da bin ich gespannt, wie das wirklich wird, weil wenn man da ein bisschen eine höhere Kombo oder sowas reinbringt, ja, kann man das vergessen. Cascadian Failure, das ist ein Corvus-Counter oder vielleicht auch Ghost. Wenn man einen kritischen Treffer landet, wird ein 2-Sekunden-Timer ausgelöst, wenn man da nochmal einen kritischen Treffer trifft, dann kommen verschiedene Debuffs in der jeweiligen Reihenfolge von Heilblock, Rüstungsbruch, Schwäche und Exhaustion aus der Puste, ja, im Prinzip weniger kritischen Schaden, Armor Break, du kannst mit Ghost nicht mehr phasen und nach den 4 Debuffs bekommst du dann auch noch eine passive Degeneration und jeder Debuff wird dafür 4 Sekunden ausgelöst und wenn man das nochmal auslöst, dann werden alle Timer wieder zurückgesetzt, also dauern wieder 4 Sekunden an. Ja, bin ich gespannt. Turn the Tide, ähm, bei der, äh, Spezialfähigkeit des Gegners, nein, Entschuldigung, es wird eine Spezialfähigkeit am Anfang des Kampfes ausgewählt, Spezialfähigkeit 1, 2 oder 3, alle anderen Spezialfähigkeiten haben 90%, äh, ja, Schwäche und 100% Fähigkeitsgenauigkeitsverlust, also, kannst vergessen. Die Spezialfähigkeit, die ausgewählt ist, die rotiert alle 10 Sekunden und außerdem, äh, wenn man die Kombo mit einem unterschiedlichen Schlag beendet, wie die vorherige Kombo, also zuerst zum Beispiel, ähm, eine leichte Attacke und dann eine, mit einer mittleren Attacke abschließt, dann wird da auch durchrotiert und so kann man dann wirklich schauen, dass man die Spezialfähigkeit, die man auslösen will, richtig hinbringt, wird etwas tricky, aber das ist noch ein Knoten, wo man sagt, da kann man, kann man ein bisschen herumspielen, aber der nächste dann. Wenn der Gegner keine der fantastischen 4 ist, eine von zwei Aktionen tritt in Kraft, äh, und das alle 17 Sekunden, entweder Intercept an Defender oder einen Debuff beim Defender auslösen, äh, eine Spezialfähigkeit auslösen oder einer Attacke ausweichen. Wenn man diese Funktionen, also diese Bewegungen oder so, was auch immer, nicht, nicht macht in den 17 Sekunden Timern. Dann wird im Prinzip ein Debuff ausgelöst, der für die nächsten drei Kämpfe aktiv bleibt. Also wenn man auch die nachfolgenden Kämpfe, man kennt das von Mr. Fantastic, wenn man den als Gegner gehabt hat, die Debuffs, die bleiben dann für die nächsten drei Kämpfe, äh, und die werden so ausgelöst wieder, Heilblockade, Rüstungsbruch, Schwäche, äh, Fatigue und Concussion, äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was Fatigue wieder auf Deutsch ist, aber, ja, Gehirnerschüttung. Kurz gesagt, wirklich, man, wenn man geskillt spielt, kann man das vielleicht ein bisschen medicieren, aber ich muss mal schauen, äh, wie, wie das dann in Action ist. Ähm, Parry Curse, jedes Mal, wenn der Gegner, wenn der Gegner gestand, gestand werden würde, ähm, wird der folgende Stun um 25% verkürzt, so ein Maximum von, äh, 100% für die nächsten drei Kämpfe. Das ist also, wie ist das genau? Whenever the attack stuns the defender duration of their stun debuff is reduced by 25% to a maximum of 100%. Ja, das bleibt für die nächsten drei Kämpfe aufrecht, also kurz gesagt, man kann eigentlich, muss eigentlich ohne Parrys spielen. Bin ich gespannt, wie die wirklich dann in Aktion aussehen, wird wirklich interessant. Äh, dafür haben sie aber auch die Belohnungen in die Höhe geschraubt, also wenn du da bei den Modifier alle, äh, Punkte holst, dann bekommst du 10% von einem Klassenentwickler, also für die Top-Allianzen wird das wirklich noch interessant werden. Und ganz zum Schluss, neben den ganzen Punkten, Buffs und so weiter, haben sie noch einen Riesenpunkt eingebracht, äh, das mit der Energie, wie gesagt, wir haben das ja schon in unserem, äh, Stammtisch besprochen, die Energiegrenze wird von 5 auf 6 gehoben und die Startenergie wird von 3 auf 4 gehoben und außerdem ist die Refresh-Time von einer Minute auf 45 Minuten reduziert, äh, von einer Stunde auf 45 Minuten reduziert, also sehr, sehr gute Änderungen für die Energie. Wegen den Knoten bin ich mal gespannt. Das Ganze geht live am 12. Juli und ja, mal schauen, wie das Ganze wird. Ich hoffe, euch hat das Ganze etwas geholfen und wenn das so ist, liked das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!